Der ist so geil, ne? Henko, was machst du da? Wo bist du hin? Was machst du dich denn? Sauber, schön rutschen und so. Was machst du dich denn, Henki? Der macht jetzt richtig Radau da drin. Man sieht ihn gar nicht. Voll am Urwald drin. Ja, genau. Hörst du mal, warum meine Pflanzen haben so genau? Ich glaube, ich spinne. Hörst du? Wie er das auch anknarrt, so voll der Snack. Henko, was machst du da? Guck mal, er gräbt erstmal. Ich sag doch, er macht jetzt Radau. Ja, soll er sich ein bisschen austoben. Er macht so... Er ist so süß. Ey, wir müssen hier so ein Erdbuddelbeet machen. Ich schwör's dir. Wie so ein Sandkasten. Der kriegt... Alter, der kriegt... Der kriegt... Weißt du, was ich...